Hallo Civilization-Fans, willkommen zurück zu dem Spiel Civilization 6 als Kaiser von Brasilien. Folge Nr. 39 und unser Hauptaugenblick liegt auf Madurai. Das ist die Stadt, die wir haben wollen. Die Spanier mischen auch noch mit. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt die Stadt nicht wegschnappen. Dann müssen wir diese Stadt in einem Zuge erobern. So, jetzt schließen wir weiter ein bisschen Mürbe. Das sollte funktionieren. Genau. Das sollte wohl geklappen. Ein Shit-Dadion. Shit-Dadion. Ähm, 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 ähm. Geht's nicht? Oh. Dann nehmen wir die A-Tellerie noch an. Und... Schießen weiter. Da klappen wir unsere Club. Genau. Ja. Der hier noch. Jetzt sind wir aber noch dran. Dann ist es schwerer. Dann fährst du nicht. Dann fährst du nicht. Dann fährst du nicht. Dann fährst du nicht. Ja. Dann fährst du nicht. Dann fährst du nicht. Dann fährst du nicht. Dann fährst du nicht. Das kann mir leider nichts angreifen. Was man hier nicht weggebt, kann hier nichts weiter machen, schade eigentlich. Festigen, ja toll, halt nicht. Agra! Ah, da kann man stehen bleiben, ist gut. Beziehungsweise, ich kann auch Agra einbreiten. Das wäre wahrscheinlich super günstiger. Oh, Produktion. Entweder Stress mit Barbarenland. Wie können wir denn da hin? Gar nicht. Deswegen brauchen wir das mal. Mal schauen, wie das in Madurai ist. Hier ist schon Debi, aber Madurai 10 magiert. Oh ja! Madurai 10 magiert. Madurai 10 magiert. Warte, Fakt, Quäldin, von Brasilien. Das ist wirklich. Perfekt, das ist schwer. Technologisches Museum. Perfekt, haben wir das auch mal gemacht. Ich muss technologisches ausgebildet. Indien, nein. Vergiss es. Achso, das war schon sein Zug. Nein. Und vielleicht beim nächsten Mal. Das ist so richtig. Aber vermutlich eher nicht. Es geht voran. Es geht voran. Eigentlich müsste dann machbar sein. Was willst du denn? Nein. Es ist sehr schade, finde ich weiß. Du bist immer gleich so etwas angepisst. Nee, das war das Barbaren. Ja. Ein Traum ist unverwirrt vor lauter... Ach Gott, Quatsch. Ist irgendwas gebündelt? Nee, ja. Nee, cool. Oh, gut. Äh, die Zukunftsregulierung. Änder den Recife nach... Ach. Wo ist das hier? So. So. Du, hier liegt doch was. Ein Schicksack. Eine demütliche Befehle. Ähm, ja. Entspann dich mal bitte. Ein bisschen näher, genau. Eins. Achso, jetzt haben wir ja die Autolinerie anbauen. Dann ist das eh. Dann ist das jetzt nicht so schon. Ja, direkt. Obala. Habe geklappt. Ja, meine Passe, das schießt du hier mal da. Habe ich wieder was anbauen. Ja, meine Passe, das schießt du hier mal da. Das ist echt näher, wie das immer wieder diese eine Einheit dran ist. So, und du noch? Ich muss immer noch einen Raketenregen niedergeben. Yep, und go. So. So, jetzt kannst du kommen. Jetzt muss ich erstmal alle anderen Einheiten hier ein bisschen verschieben. So, jetzt kannst du mal die Hände anbauen. Ich hab's immer gesagt erst mal Chennai, ne? Bis dann hinten besser agieren muss. Ja, das war halt natürlich. So, jetzt operieren wir immer. Du. Okay. Dann greifst du mal Agra an. Dann hätten wir nicht auf dem Weltbespande Zeit mehr durchmarschieren können. Du freundst dich hier. Dann kriegst du es auf Agra raus. Musst du irgendwo an der Ostkiste mal noch einen Kettenkreuzer bauen? Ne, die sind schon weg. Dann kriegen wir unsere Förderung auf jeden Fall. Ist okay. Handelswege und zwei mehr. Dann kriegst du die Handelswege. Da können wir noch etwas bauen. Okay. Das Ziel ist Delhi. Und ich denke, das sollte auch reichen. Oder ist man ein Chennai da oben. Oh. Alle benötigt gefühlt. Ja. Unser Helikopter. Kann dieser Helikopter eventuell hier oben bis reisen? Ja, komm ich hin, ne? Dann komm ich hier hin, aber dann mit hier drüber. Oh, nochmal. Gucken wir mal, ob er das schafft. Gucken wir mal, ob er das schafft. Das ist auch eine interessante Lage drin. Ich muss jetzt die Wissenschaftsgröp. Gucken. Muss man so sagen. Sagen wir mal nach oben. Wissen wir mal! Gegen Gez-Nächseinheiten. Und gegen gez-Nächse ver-Teiligen müssen wir einfach machen. Ibn Niven. Werkstatt. Teben. Northeastmuseum. Ok, das ist wohl der Dettel, der Dettel, der Dettel, der Dettel, der Dettel, der Dettel, Okay, turn artillery. Perfekt, ich kann das nicht wissen, das ist gut. Du erholst dich. Ich würde das befreit gehen. Du... ja... Das ist auch eine Befütterung verfügbar. Sehr schön, wir haben alles gemeinsam gemacht. Hier geht jetzt nichts mehr. Ich muss das Kottel kommen, das sieht man. Da oben geht auch nichts mehr. Dann müssen wir die eigentlich auf die andere Seite kriegen. Aber... Oh, überladen kann ich mir so verspannen. Das wird ja nichts. Das haben wir gemacht. Das ist auch erledigt. Hier werden wir Krieg miteinander geschlossen. Indien ist ein Krieg in Deutschland noch. Immer noch. Warte. So, mit Werderbrücken kommt doch ein bisschen größer. Vento, hallo Vento. Ähm, Archäologik. Akt wählen. Eine Maske. So, jetzt können wir noch eins ausgraben. Und dann ist Schluss. Dann brauchen wir noch ein neues archäologisches Museum. Wo kann er denn noch was auspudeln? Wir gucken mal mehr aus. Das ist nicht wirklich, was du bist. Oh. Das ist schon mal ein Blutus und Kusses zusammen. Nein, ja. Oh nicht. Oh. Ein feindlicher Spion. Holala. Was sind wir denn hier? Einfach eine Spagatte. Haut egal. Scheint auch mit Grenzen zu haben. Äh, Spanien scheint auch mit Grenzen zu haben. Schauen wir mal. Ja. Kann sogar in der Stirn bleiben. Tut ja irgendwie weh. So ein bisschen. Ja. Das nächste Altertums Relikt, das man auspudeln könnte. Irgendwie mal auspudeln könnte. Hier unten. Da gibt es genug. Gute Frage. Nächste Frage. Kannst du nicht auch ein Land? Welche Ruinen hier? Ah ne. Da kommen wir doch hin. Das ist doch nicht meins. Dammit. Das ist doch nicht. Suchen. Hier rein drauf. So bescheidbar ist. So. Hier passiert jetzt nichts. Komm wir ja hoch. Oh, komm wir ja hoch. Komm wir nicht die Gefähle. Wir gordeln. Gut. Oh Gott! Sonne! Kampfpanzer! Was soll du? Immer noch nicht! Er versucht es halt immer wieder. Gut, er kann es eben verübeln. Sponsonsgegen. Der Opa kann man führen. Oh, wir haben ja immer noch Öl. Nicht verkehrt. So, die Runden dauern jetzt ein bisschen länger. Ach so, da fällt mir ein. So bleibt mir aber nicht so wirklich hier, wenn es nicht abgeht. Oh oh. Was geht denn hier? Aufstände wieder mal in Kyoto. Aber jetzt nicht die wenigsten. Hm. Oh Gott. Nein. Okay. So. Wir glauben, das Island wäre schon mal weg. Oh. Oh, das ist mit Kyoto los hier. Es sind nur 7 Annehmigkeiten. Ich bin mir aufgefallen. Hier gibt es... U-Boote ohne Ende. Wir fahren. Aha, das sind Aufstände. Wir können fahren. Tokio! Ok, wir brauchen immer noch Steppen. Ich weiß es nicht. Dann... Ok, aber keine Ahnung was da passiert. Kyoto... Baut... Was ist das? Ok, ich brauche mal. Verkippen. Weiter auf das Lade. Weiter auf das Lager. Weiter auf das Lager. Und weiter auf das Lager. Was dann wahrscheinlich auch zu Ende ist. So... So... Weiter auf die Stadt. Und den Panzer durchschicken. Alles sollte ja auch gehen. So... So... So, ich guck mal, ob ich das gleich noch nachschreiben kann. Äh... Schnelle Fortbewegung aktiv. Ja, weil... So steht hier... Ich denke... So zum Spielen. Und jetzt kann es ein bisschen schneller gehen. Das wollte ich ja schon seit gefühlten 10 Folgen einschlagen. Hallo. Ich denke, das ist wieder mal. Not amused. Wir müssen uns auch gleich wieder fit. Ist ja gut. Jetzt. Weiter geht's. Okay... Ah... Das ist wieder ziemlich. Ah, das ist hin. Ähm... Das Lager ist hin. Dann... Hier rein. Und... Tschönei. Oh Gott... Ähm... Was fand ich? Augsburg... Und die Abschöpfen... Also... Produktion bilden... Ja... Produktion bilden... Invental... Wohnviertel... Habrik... Wird wieder schrumpfen... In einer Runde... Im Natal... Brauchen wir mal... Einen... Händler... Der bisschen... Nahrung... Einhandeln kann... So... Äh... 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 Wir haben die Kyoto schon alle versorgt... Äh... 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 Die sind mittlerweile wieder Japans vorsehen... Ah... Da war er weg... Sehr... 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 Gut... Und... Das soll es erstmal sein... Für... Heute... Der Brückenkopf hier ist größer geworden... Auch nach Tschönei heißt es dann... Und... Und... Gleichzeitig nochmal Agra auf der anderen Seite noch ein bisschen... Zu schaffen... Auch das wir hier wahrscheinlich eine... Asianische... Asianische... Streifen einziehen werden... Nach... Äh... Der Einnahme von Delhi... Äh... 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 Äh...